Also hier noch einmal von der Firma Reichenbach die Hirschkäfer, fast schon Kult-Status erreicht. Gibt es natürlich eigentlich auch in Baiser, aber wir stehen momentan auf diese Silber-Gold-Fraktion. Das Tolle ist, wenn Sie die als Tischdeko haben, sieht einfach super aus, muss auch nicht eine Tischdeko beim eingedeckten Tisch sein, kann es aber. Dann gibt es als Krönung dazu noch den passenden Serviettenring. Und dann ist das wirklich viel mehr, braucht man das auf dem Tisch dann nicht, außer noch schönen Vase mit frischen Blumen, die braucht man eigentlich fast immer auf dem Tisch, aber das sieht einfach toll aus. Es gibt auch diese Schmetterlinge, davon gibt es eine ganze Vielzahl verschiedener Modelle. Auch wieder in Silber jetzt hier mal bei uns gezeigt, die lasse ich jetzt immer nicht frei, die bleiben jetzt hier in der Glasvoliere. Und mehr gibt es eigentlich zu den Bistern nicht zu sagen, einfach nur, dass sie schön und toll sind. Und mehr gibt es eigentlich zu sagen, einfach nur, dass sie schön und toll sind.